Willst du anmoderieren? Nein. Okay, ja dann legen wir los. 3, 2, 1, du bist. Das war gut. Wir sind immer noch dabei, dass wir dieses blöde Rätsel hier lösen wollen und Sly es nicht schafft, mich in die Blase zu bringen. Also ich schaffe es schon, aber ich kann nichts dafür, wenn du in der Blase sie nicht richtig hochkickst. Ich krieg den in der Blase hoch, aber ich kann nicht aufgetrieben. Also es gibt halt so Sachen, die gehen halt nicht. Jetzt mach halt endlich mal hier, was wir ein paar Versuche kriegen. Du kannst ja auch gerne, wenn du willst, mal versuchen die Blase. 3, 2, 1. Jetzt, das ist gut. So, und jetzt? Oh, ganz knapp. 3, 2, 1. Ja, nein. Ja, nein. Es schubst er mich auf. Oh, du machst schon wieder einen Vibrator bei mir. 3, 2, 1. Oh, es vibrierte gut. Ja, ja, nein. Ich hab keinen Bock mehr. So, so hört sich übrigens verzögert die Ruined Orgasm an. Was? Kurz vorher, kurz vorher, kurz vorher. Nein, Ende. Oh, rein. Gehst du noch einen Schritt nach rechts? Danke. 3, 2, 1. Bleib stehen. Bin immer noch auf dir. Oh mein Gott, du bist bei mir doppelt. Oben und unten. Du bist ein Geist. Ohne Scheiß, auf der Plattform unten bist du bei mir jetzt auch. 3, 2, 1. Okay, war ein Versuchwerden. Aber wie geil war das denn? Doppelter Dickie. Ich war nicht doppelt. Okay, 3. Ah! 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 Ja, mach still. So geht's! Das ist gar nicht so leicht, ne? Nee. Hatja auch nicht behauptet. Eines war die 25 16. Ah! Muss ich tiefer in der Blase erst eindringen? Das ist gerade mal eine Überlegung. Tief eindringen. Ja. Okay. Was ist das meine Möglichkeit? Ich versuche mal ein bisschen später da dran. Probier dein Glück. Ja. Ich schicke dich jetzt immer hin und her. Also los geht's. Oh. Wie weit war ich auch schon. So close. Oh, gut gelandet. Drei, zwei. Bruder, ich brauche möglichst viel. Oh Gott, das war's. Und ich habe die Kante erwischt. Ja, ich habe die Kante auch mehr Marzell erwischt. Drei, zwei, go. Haha. Was soll das denn? Ich komme und du gehst? Ja. Unabgesprochen klappt nicht, schade. Zu kurz, zu kurz, zu kurz, zu kurz. Ich weiß auch, dass er zu kurz ist. Und noch mal kurz. Nein. Das Köpfchen war schon drin. Undditchen ist eine gängige Methode, die manche Frauen geil finden. Jetzt aber. Nein. Ich frage, ist es das? Kann ich nicht auch einfach? Nee. Die Blase, wir haben getroffen. Ah, ich bin auf dem Weg. Ja, wir haben es sogar noch. Nice. So, wer hat das geschafft? Wer hat das geschafft? Weiß nicht, was du meinst. Keine Ahnung, gell? Oh mein Gott. Wow, wir haben so richtig Party-Dance hier. Ja, ich habe gerade auch so gedacht. Wow, warst du von der spannenden Leve und dann so. Wow. Nice. Wir müssen uns berühren. Oh, wir wappeln. Es sieht nicht sehr gesund aus, was wir da tun. Ist egal, es fühlt sich gut an. Es ist nicht sehr gesund, egal. Es geht nicht darum, ob es gesund ist, es geht darum, wie es sich anfühlt. Ja, ist das wirklich so? Ja. So hat man Analsex erfunden. Ich bin sicher, dass das andere Gründe hatte. Mit Tanzen. Könnt ihr bitte irgendeiner der Zuschauer, die, nein, wollen wir das wirklich, will ich das wirklich auffordern, dass einer der Zuschauer nachschaut und googelt, wie das erfunden wurde in Wikipedia? Analsex? Oh mein Gott, was ist das hier? Rein den Flock in das Loch? Ich glaube, da hat sich einfach einer nur verstochen. Ja, oder der hat eine Ziege benutzt. Okay, jetzt müssen wir das Thema wechseln. Ah! Wow. Du bist tot. Von hinten kam auch noch einer. Der von hinten kam echt unerwartet. Wow, wir haben uns beide erwischt, das. Ah! Das Problem, wir kommen da nicht beide durch. Siehst du? Ja, dann lauf du mal vorne weg. Du bist vorne besser. Es sah knapp aus. Okay, let's try again. Und jetzt. Ach, komm! Boah, Alter, der Antritt. Der war unfair, das muss ich sagen. Also, ich muss wirklich hier Power, Power, Power geben, sonst will das bei mir nichts. Wir laufen einfach beide. Okay, du musst ganz kurz anhalten. Jetzt. Jetzt kommen hier noch mehr. Oh Gott, nein! Nein! Oh Gott, ich habe eine Mauer schon gesehen. Ich schwör es dir. Nein, du musst die weg, 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 weg. Ja, komm. Wie sieht das aus? Wir übereinander stehen. Ja, schauen wir mal. Den kommen wir nicht. Doch! Sehr gut. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich unten bin. Aber, Sly, zeig, was du kannst. Ich guck nach hinten. Das war voll bei uns. Vier Stück. Guck nach vorne. Vier Stück, fünf Stück. Es sind sechs Stück mit der Beine. Lauf, lauf, lauf. Vorsichtig, ich muss mich durch. Lauf, lauf. Vorsichtig, wir sind durch. Ich hüpfe drüber durch. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay. Ja, dann. Okay. Mal schauen, ob du es weiter schoss. Gott, was für ein Kacklevel, Alter. Das ist irgendwie geil. Ja, so penetriert werden von vielen schwarzen Bällen, die ihr ins Gesicht hüpftet. Nice. Wow, das kann so missverstanden werden. Oh, 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 oh. Nein, ich war zu früh. Ja, das passiert. Ich weiß. Ist okay. Passiert im Alter. Warte, ich muss mich nochmal umbringen. Nein. Ich muss dich nochmal umbringen. Ich bin nicht sicher. Es ist gleich soweit, gleich passt das. Ja, ich sehe das, ja. Ich möchte mich ducken. Versuch, langsam auf dir genau dein Mittelpunkt zu erreichen. Ich glaube, ich bin auf deinem Mittelpunkt. Ich habe so Stress, Mann. Ja, ich sehe das. Bei dem muss ich nicht hüpfen. Hier muss er in der Kante hüpfen. Dann jetzt tu es, tu es, tu es. Wir überlassen es den Jump'n'Run-Experten. Dann kann er definitiv sagen, er hat mich durchs Level gecarried. Weißt du, dann hat er endlich mal den Recht für dich, um das zu behaupten. Ich habe dieses Level getragen. Ja, ist schon wirklich. Carry, carry, lady. Oh Gott. Carry, carry, lady. Und ich sehe mich tot. Okay, doch noch nicht. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Sieben. Acht. Neun. Aber ich hüpfe immer zu früh. Immer an der gleichen Ecke. Ich muss... Aber ich zähle mit, damit du das wieder weißt. So, einmal hier. Frusttot. Achso, das ist Frusttot. Eins. Drei. Drei, vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Wieder zu früh. Soll ich mal. Oder willst du weitermachen? Einmal mache ich noch. Zwei Versuche gehen. Dann gehen wir auf. Ja, aufgeben musst du nicht, aber... Aber wenn wir da hinten gekommen sind. Zwei Versuche. Genau. Ja, okay. Beim neun. Alles gut. Alles gut. Vorletzter Versuch von mir. Ich wünschte, ich könnte mich setzen, damit ich mich klein... Oh, ich bin klein. Nice. Du bist immer noch groß. Bei mir habe ich mich gesetzt. Ach, Kacke. Komm, mach du einen Versuch. Jetzt habe ich von... Ach so, okay. Ich bin gespannt. What the fuck? Das hat mich irritiert. Ja, wir haben auch alle verkackt jetzt gerade. Ja, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert war. Die oberen haben die unteren geplatzt. Aber gut, da haben wir jetzt keine Punkte bekommen. Ist ja nicht schlimm. Ich glaube, das ist jetzt auch gerade nicht so das Klavierende gewesen. Es war Irritation. Ich muss auch die selbe Musik machen, wie du, damit das klappt. Dum 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 dann die zum platzen da dada voll gut da haben es Covidern noch Sherlock sagt no shit Das wäre jetzt zu easy, oder? Komm, Alter, das war jetzt... Oh, naja, guck, zu viel Panik Tatsächlich Oh, die Bällchen, wie lustig, sie voll gut Sind die Killer-Bällchen auf du? Also, guck mal, du hast uns zwar jetzt durchs Level gecarried Aber ich habe dir passenden Soundtracks dazu geliefert Ja, wunderschön Wie kriegen wir die Bällchen da rüber? Wenn ich dich carryen soll, rüberlassen Okay 21, 22, 23 Stopp Oh, Gott sei Dank Ich hatte gut Sorge 21, 22, 23 Was hast du Sorge? Du musst die Bällchen rüberholen, oder? Wie machen wir das jetzt? Musst du die Bällchen hochtreten? Oh yeah Tatsache Unglaublich, oder? Ja, geil Das war witzig Ich muss jetzt aber ein paar Bällchen mitnehmen Man weiß nicht, wofür man so braucht Komm hier nicht hoch Oh Gott Muss mit zu dir kommen Okay, gut Wir haben ein paar Bällchen da unten, oder? Wir haben ein paar Bällchen da unten, okay Weil Vorsicht Du sollst das mich nicht Einfach Ich bin gel... Hast du den Trick kapiert? Ja, ja Ich muss das Bällchen da reinkommen Hm, Bällchen, sag mal Hier drücken, steh und warte Aber das Bällchen muss mir doch folgen Aber das Bällchen muss mir doch folgen Scheiß, wie hier Wir sind kaputt machen Wir sind tot und Zerstörung zwischen denen gesäht haben Komm, lass mich mal machen Mach du das noch Lass den Papa mal ran Dann hol du mal das Bällchen Das Bällchen ist, glaube ich, dir hinterher Das bringt mir nix Ja, Bällchen ist bei mir Bällchen ist bei mir Bällchen ist bei mir Bällchen ist bei mir Ich glaube, wir haben verkackt Nein Wir haben nicht verkackt Wir haben optimiert Okay Das Bällchen Ich nehme ein Bällchen mit You never know when you need one Ach, du Scheiße Warum? Warte, komm mal her Geh mal auf mich Und tot Nein, nicht Warum? Was ist denn da? Das ist eine blaue Linie Hast du das vor blauen Linien? Da ist doch was Ich hab doch gesagt, da kann man sterben Aber das musstest du jetzt experimentieren Damit ich auf dein Kopf steige Und du mich damit tötest Ja Es geht schon wieder los Wir haben Stress Ganz viel Stress Ich überlebe dich Fuckin' hell Okay, wir müssen Okay, lauf Sehr gut, auf meinen Kopf Auf meinen Kopf Ich bin drauf Lauf einfach Okay, wie kriegen wir die Bällchen dahin? Oh Gott, Gott Geld, 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 Geld Oh, ich glaube, wir haben es Hui Ich glaube, das kriegen wir jetzt alleine hin Ah, der hat mich runtergeschossen Kriegen wir alleine Seht ihr Easy Ja, du weißt, dass da vielleicht noch was kommt Vielleicht sollten wir es wieder auf den Kopf stellen Nein Nein, okay, wir opfern Egal Blut Verderbnis Irgendein Shit kommt noch Ich darf es jetzt Das ist ein sehr originelles Level, I like Wie wir einfach die Bälle mitnehmen Oh ja, richtig Oh mein Gott Was für ein originelles Level Oh mein Gott Oh mein Gott Ich weiß nicht, dass der kommt Was, hat nur einer unten in das Loch, ne? Nein Oh ja Oh ja, jetzt muss das Kommt doch keiner mehr zurück Aber ist doch kein Problem Da kann einer vielleicht rüberhüpfen Okay Nein Doch Nice Alter, wie Oh, der kommt wieder an auf Nein, du Bastard Warum Was soll denn der Scheiß Was ist das denn für ein alter Mother Tracker Wow Was für ein Arschloch Level Ich dachte, das kann nicht mehr schlimmer werden Da kommt der Ich war auch gerade sehr überrascht Ich glaube, ich muss die einfach nur hochschmeißen Ich muss die gar nicht nach rechts Ich muss einfach nur hoch Okay, dann einfach Halt so Ne, ich glaube einfach Sonst bist du nicht schnell genug drüben Oh Gott Letzter Millimeter Wir haben verkackt Nein, haben wir nicht Das war schon wieder so knapp Über dieser Stress mit dir Das ist doch nicht das Levelende Mal so just saying Das ist eine Verarsche hier übrigens Ja, ich glaube auch Ach, komm doch Du dummes Stück Dickes Ballteil Doch was Komm, ich war doch drinnen Ich war doch drinnen Du bist aber gehüpft Nein Ich bin einfach nur ins Loch gelaufen Ey, tut mir weh Du bist jetzt gehüpftig Ich dachte, es geht los Joa, ist groß und hüppelt ne Runde Komm Jetzt lauf, 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 lauf Lauf, 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 lauf Ich hab keine Ahnung wie Hüpfen Oh mein Gott Er hüpft da auch noch Was für ein Arsch Wo ist denn das Timing, Alter Der, wo der hüpft, musst du hin Ja, ich musste bis dato erstmal rausfinden Ab wann der hüpft Nicht auf sein Weiter Versuche ich zum Platzen zu kriegen Ja, ja, das hab ich verstanden Bis dato war das nur ein bisschen schwierig Weil ich noch nicht mal wusste Dass er hüpfen wird Oh Gott Das ist auch echt so ab wann springe ich Das ist unglaublich, dieses Level Das ist wirklich ein Arsch Und ich Okay, jetzt lass mich rüberhüpfen Okay, wir sterben einfach beide Jetzt stell ich mir auf den Kopf Damit du mal siehst, wie scheiße schwer das ist Hol dich rum Jetzt heißt es gleich rum Ja, das ist nicht schlimm Einen machen wir noch Einen machen wir noch Das war jetzt Absicht In der nächsten Folge sehen wir, wie wir lustige Bällen ausweichen Die uns meinen Penetrieren zu müssen P-ne-tra-z-ion Ja, ja, mit Tratz Ganz wichtig Penetration Bitte nochmal nachschlagen Google, falls es da anders drinstehen sollte In Wikipedia Ist es natürlich falsch Nur hier erfahren wir Wikipedia bitte dann korrigieren Ja, genau Das ist ganz wichtig Ihr könnt das auch Ihr könnt euch als Editor bei Wikipedia registrieren Dann könnt ihr das einfach machen Das war's schon Ja, und danach werdet ihr wegen Vandalismus gebannt Viel Spaß Ja, wichtige Lebenstipps Von euren beiden Lieblings Lebenstippsladen Ja Chipsladen? Tippsladen, oder? Tippsladen? Keine Ahnung Die besten Tipps von euren beiden Lieblingschipsladen Mh, Chips Ja Macht's gut Ciao Tschüss